Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Augenblick ist, aber ich wollte fragen, ob Sie so freundlich wären, in die Kamera zu gucken, wenn sich die Schlinge zuzieht. Das wäre ein wunderbares Foto für mein Buch, das wäre so schön, vorher und nachher. Denn wenn Sie direkt in die Linse sehen, also ins Auge des Lesers, wenn man so will, dann kann ich den letzten Augenblick Ihres erbärmlichen und nutzlosen Lebens festhalten. Dann stehlen Sie ihn wieder. Hast du einen letzten Wunsch? Ja. Halt mal einen Moment meinen Hut. Lachen, lachen. Lachen, lachen. Lachen, lachen. Lachen, lachen. Lachen, lachen. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh!